Dieses Event wird in die Geschichte von Krypto eingehen. Das ist auf jeden Fall sicher. Als du gar nicht direkt weißt, was da alles passiert ist, keine Sorge, dieses Video ist für dich. In diesem Video steckt sehr, sehr viel Arbeit drin. Wir gucken uns an, wie das Ganze passiert ist. Wir gucken uns an, was besonders am 9.10.11 passiert ist, was heute passiert ist und was uns jetzt tatsächlich auch noch in Zukunft erwartet, weil das Problem ist leider noch nicht durch. Also, dieses Video gibt dir einen Gesamtüberblick. Es sind so unglaublich viele Quellen, dass du danach auf jeden Fall mit einem Mehrwert rausgehen solltest. Wenn das für dich gut klingt, gerne ein Like geben. Somit zeigst du natürlich den Support und natürlich auch ein Abo da lassen, falls du nichts mehr verpassen möchtest. Ich würde sagen, wir starten hier sofort rein. Der Kryptomarkt hat einen sehr starken Abverkauf, natürlich innerhalb der letzten sieben Tage, natürlich auch besonders innerhalb der letzten drei Tage. Wir sind beim Bitcoin-Stand jetzt auf 17.500. Die Angst hat sich zwar etwas gelegt, das sehen wir tatsächlich auch am 4 in Greed Index. Wir sind jetzt wieder auf 25, gestern auf 22. Dennoch ist die Angst spürbar am Markt. Der FTX-Token geht weiter in Richtung Bedeutungslosigkeit. Alles hat angefangen, dass eine halbe Milliarde US-Dollar auf die Börse transferiert wurde. Danach später hat CZ, also der Chef von Binance, angekündigt, dass er seine FTX-Token langsam Stück für Stück verkaufen möchte, keine Panik am Markt schüren möchte. Und es nahm alles seinen Lauf. Sogar soweit, dass der Binance-Chef dann doch eingreifen wollte. Das war noch am 9. November. Binance übernimmt Kryptobörse FTX. Das sollte der Community zeigen, hey, alles ist sicher. Ich kann für die Probleme aufkommen. Natürlich sind wir jetzt gerade noch beim Recap. Wo diese Information gekommen ist, hey, Binance möchte FTX aufkaufen, sind die Märkte rasant nach oben gestiegen. Wir waren dann wieder in den 20.000er-Bereichen. Hat wahrscheinlich auch so einige Shorts liquidiert und somit sind wir dann weiter recht schnell nach unten gefallen. Besonders auch die Angst, die danach geschürt wurde, dass der Deal geplatzt ist. Binance zieht Kaufangebot von FTX zurück. Bitcoin stürzt auf 15.000 US-Dollar. Bitcoin hat ein neues Low ausgebaut im Jahr 2022 und zu der Zeit war natürlich extrem die Hölle los. Wie wir natürlich auch sehen, Bitcoin ist somit dann natürlich rapide eingestürzt. Die Sicherheitsquelle, die wir hatten, hat uns sozusagen verlassen. Wir waren in einem Freefall. Wir wussten nicht, hey, wie geht das Ganze jetzt ab? Und ich kann das zu 100% bestätigen. Ich war mit meiner Telegram-Gruppe die ganze Zeit wach. Wir haben die ganze Zeit das Geschehen verfolgt. Es kamen Informationen innerhalb von 5 Minuten. Immer eine neue, immer eine neue News. Ja, Ende der Geschichte. Die Orderbooks von FTX sahen überhaupt nicht gut aus. FTX fehlen 8 Milliarden US-Dollar. Auch ein Grund, warum der Deal geplatzt ist. Ja, das war ein bisschen zu zwielichtig. Man konnte diese Schäden, die eben drin waren, nicht beheben. Die ganze Zeit über gab es von Sam Bankman Freeman überhaupt keine Rückmeldung. Die Panik am Kryptomarkt war riesig. Jetzt stellt sich heraus, dass tatsächlich Almeda Research Probleme im Bereich von 10 bis sogar 50 Milliarden US-Dollar hat. Die Range ist sehr groß. Man fragt sich, wie kann so ein Schaden überhaupt entstehen? Okay, aber zurück zum Tag gestern, zum 10.11. Ja, das Problem ging natürlich weiter seinen Lauf, bis sogar FTX vor Einzahlungen gewarnt hat. Das ist schon mal ein weiteres Problem. Er hat nicht nur die Auszahlung gestoppt, sondern tatsächlich auch Einzahlungen werden gestoppt. Wir sehen, was das mit dem FTT-Tokenpreis gemacht hat. Dieser war in einem komplett freien Fall. Dieser hatte keine Resistance ab 3 US-Dollar, hatte sich dann etwas gefangen, war kurzzeitig auf 5 US-Dollar, aber hat tatsächlich leider nicht so viel gebracht. Das Problem, die Unruhe, der Schock, die Angst vor den Börsen, da gab es tatsächlich dann auch ebenfalls Coinbase die Probleme hatten, ja. Weil ein Riesenansturm von Anlegern kam, die alles auf ein Cold Wallet überwiesen haben. Auf den Ledger beispielsweise. Und das nahm natürlich dann weiter seinen Lauf. Das Kartenhaus fiel leider immer und immer weiter zusammen. Qcoin hatte Probleme gemeldet. Krypto.com, Hiobi, alle waren so ein bisschen ängstlich. Das führte sogar dazu, dass der Tether, der USDT, der größte Stablecoin, mit einer Market Cap von 68 Milliarden US-Dollar, kurzzeitig seinen Pack verloren hat. Also 1 zu 1. Der soll natürlich 1 zu 1 den US-Dollar nachbilden. Und tatsächlich sind diese 2 US-Dollar Cent Differenz ein Riesenproblem, was wohlmöglich auch noch etwas schiefer gehen hätte können. Wir haben uns zwar tatsächlich jetzt wieder gefangen. Es ist aber auf jeden Fall spürbar, merkbar, dass die Probleme immer und immer größer werden. Deswegen sind wir natürlich immer noch bei so einem Niveau von 16.000 US-Dollar im Bitcoin, den wir tatsächlich auf 2020 das letzte Mal so gesehen haben. Beziehungsweise auch 2017 zu All-Time-High-Zeiten. Das war 5 Jahre her. Der Chef von Binance, der CZ Binance, äußerte sich natürlich nochmal und meinte, Sad day I tried, but it failed. Er hat alles versucht, was in seiner Macht steht, konnte aber diese Schäden nicht mehr beheben. Die Schäden, die er dann tatsächlich nach dem ersten Blick in die Bücher festgestellt hat. Da hat irgendwas nicht hingehauen. Und wer von dieser Situation profitieren wollte, natürlich Justin Sun. Man hatte überlegt, in der Zeit gab es natürlich noch Hoffnung, okay, kann CZ Binance das irgendwie übernehmen? Kann vielleicht Justin Sun irgendwas machen? Da kam natürlich auch die Information, wir versuchen alles in unserer Macht stehende zu tun, um hier eine Lösung zu finden. Die Unruhe hat sich ein bisschen gefangen, das weiß ich noch ganz genau. Dann hat sich der Bitcoin unter 17.000 ungefähr stabilisiert. Alles war mehr oder weniger okay. Die Panik ging langsam zurück, auch was Insolvenz einiger Börsen anbetrifft. Zudem kam am 10. November natürlich auch die CPI, also die Verbraucherpreisindexdaten. Man könnte sozusagen sagen, die Inflationsdaten. Und die sind deutlich besser ausgefallen. Wir hätten uns mal vorstellen müssen, wenn dieses Riesenskandalthema nicht passiert wäre. Was das natürlich mit uns in dem Kryptomarkt gemacht hätte. Dass uns Bitcoin wahrscheinlich auf die 25.000 befördert hätte. Ethereum irgendwo im Bereich von 2.000 gebracht hätte. Weil die wirtschaftliche Situation, wo der Bitcoin, wo der Krypto und natürlich auch der gesamte Finanzmarkt die ganze Zeit dran hingen und von dem unterdrückt wurden. Das Problem hat sich hier mehr oder weniger gelöst. Es kann tatsächlich sein, ja, besonders auch wenn der Dezember nochmal besser ausfällt, ja. Das ist ein Anzeichen, dass die Inflation, das größte Problem der Inflation tatsächlich behoben wurde. Und genau so eine positive Information ist ja uns dazu gekommen. Deswegen kam dann natürlich auch zusätzlich zu dieser Stabilisierung ein besserer Anstieg, der uns sogar fast auf 18.000 wiedergebracht hat. Hätten wir aber negativere Inflationszahlen gehabt oder vielleicht sogar gleichbleibende, hätte das weitere Unruhen natürlich im Finanzsektor und somit natürlich auch in Krypto gebracht. Und das hätte uns sehr wahrscheinlich auf die 14.000 Schnurstracks befördert. Um die Stabilisierung natürlich auch weiter fortzusetzen. Weil die Angst immer noch recht groß ist von Kryptobörsen, ja, von möglicher Insolvenz, hat CZ Binance hier eine Aktion gestartet und für Transparenz gesorgt. Hat die Code Wallet Adressen gezeigt und die Verfügbarkeit deren Coins ganz transparent dargeboten. Somit herrscht natürlich etwas mehr Sicherheit im Kryptomarkt und Krypto.com und so weiter beibelt. Folgen dann natürlich auch diesen Movement, kann man mal sagen. Gut, natürlich es war ein unglaublich stürmischer Tag. Was sehen wir hier innerhalb der letzten sieben Tage? Hat Binance sämtliche Inflows bekommen. Binance wird hier als die sichere Börse gesehen. Klar, sie ist die größte Börse. Binance hat das Ganze ja auch mehr oder weniger tatsächlich ins Rollen gebracht. Und da steckt natürlich auch recht viel Vertrauen drin, ja. Über eine halbe Milliarde US-Dollar ist tatsächlich in Binance hinzugeflossen. Währenddessen auf allen anderen Kryptobörsen, ja, sämtliche Beträge ausbezahlt wurden. Beispielsweise auf OKX 700 Millionen, auf Qcoin 300 Millionen, auf Bitfinex 380 Millionen und so weiter. Ebenfalls natürlich auf Kraken, Yobi und Gate.io. Aber wir sehen, das Problem ist real und diese Börsengeschichte ist leider noch nicht vorbei. Wir stehen da eben mitten drin. Zudem als negative Weiterinformation gibt es eben natürlich dann eine Rückmeldung vom Tron-Gründer, vom Justin Sun. Dieser wollten wir, wie wir festhalten, am 10. November eine Lösung hinzufügen, um die Funds der User zum Teil, zum Großteil oder vielleicht sogar komplett wieder herzustellen, ja. Dann hat sich tatsächlich die Wahrheit offenbart und zwar geht es hier eher um einen großen Haken. Auch wenn er es tatsächlich einigen Personen erlaubt, auf FTX-Abhebungen zu tätigen. Und das war hier die Bekanntgabe. Ich lese es für euch mal vor. Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass wir mit Tron eine Vereinbarung getroffen haben, die es den Inhabern von TRX, BTT, JST, Sun und HT ermöglicht, Vermögenswerte von FTX 1 zu 1 in externe Wallets zu tauschen. Aber seit Beginn dieser Rettungsaktion, ja, weil wir tatsächlich auch auf diese Tron-Sachen hier festgenagelt sind, ist der Preis für die FTX-Nutzer sehr stark angestiegen. Dieser Schwank tatsächlich ist aber zum Preis von CoinGecko, also zum generellen Marktpreis, sechsmal so hoch. Das heißt, du verlierst dir natürlich den Großteil deiner Anlagen. Das heißt, dies war natürlich keine zufriedenstellende Lösung. Vielleicht auch nur eine Option, sich hier ins ordentliche Licht zu rücken. Aber Leute, haltet euch fest, es wird noch krasser, wie wir tatsächlich lesen können. Und das ist brandaktuell, das ist vom 11.11. Landingdienst BlockFi pausiert die Auszahlungen. Und das aufgrund von FTX. Und genau das ist das Problem, das Kartenhaus fällt weiter zusammen. Wenn der Stein einmal ins Rollen gebracht wird, ist es etwas schwerer, den Schaden zu minimieren. Er rollt und rollt und zerstört somit natürlich noch einige weitere Unternehmen. Und hier können wir es tatsächlich lesen. Nachdem BlockFi noch vor einigen Monaten einen Kredit bei FTX aufgenommen hatte, will der Landingdienst seine Auszahlungen zunächst pausieren. Und die traurige Information, FTX-Files for Bankruptcy, das Game ist vorbei. Und nicht nur, dass das Game vorbei ist, sondern 134 von den FTX-Firmen sind tatsächlich davon betroffen. Und diese sind hier alle aufgelistet. Wir können uns tatsächlich hier mal etwas weiter runterscrollen. Vorher war tatsächlich ja auch FTX US mehr oder weniger sicher. Es gab einige Schlupflöcher, die tatsächlich erlaubt haben, irgendwie von den Bahamas ein NFT zu senden und sonst was. Und da irgendwie gerade noch so die Fans rauszubekommen. KYC-Verfahren, da können wir gerne mal ein anderes Video dazu noch machen. Und wenn euch das interessiert, gerne auch in die Kommentare schreiben. Aber da gab es natürlich noch einige Optionen. Jetzt sieht das Ganze wirklich besiegelt aus. FTX, vor drei Tagen noch eine Top 3 Crypto Exchange. Ist jetzt in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Sie ist nicht mehr auf CoinGecko aufzufinden. Und was kann uns tatsächlich jetzt noch erwarten? Wir sehen, okay, es wird viel Angst im Markt verbreitet. Wir sehen auch beispielsweise Elon Musk. Twitter-Insolvenz ist nicht ausgeschlossen. Das heißt generell, diese Rezessionsgeschichte sitzt uns natürlich noch im Nacken. Es wird natürlich jetzt auch viel Angst verbreitet. Mit den Börsen ist natürlich leider auch noch nicht alles klar. Da ist noch nicht genügend Transparenz da, um wirklich zu wissen, welche Kryptobörse strauchelt. Wo geht es vielleicht als nächstes so weiter? War FTX das Einzige? Das sind alles Fragen, die jetzt noch im Raum stehen. Und etwas, was ich tatsächlich sogar recht geschmacklos finde. Jetzt kommen die ganzen Experten raus und sagen, warum der FCT-Crash vorhersehbar war. Okay, am Ende ist natürlich alles immer klarer. Aber ich finde besonders in so einer Situation, ich habe euch wahrscheinlich über 20 Quellen, über 20 Informationen gerade geschildert. Der FCT-Crash war nicht direkt vorhersehbar. Ja, am Ende kann man das natürlich sagen, aber davor hätte sich kein Mensch ausmalen können, was das hier für Dimensionen annimmt. Innerhalb von nur drei Tagen. Und das sogar mit positiven CPI-Daten. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite. Freut mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich hoffe, du hast den maximalen Mehrwert rausbekommen. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du noch irgendwas wissen möchtest, ob du es hilfreich fandest. Und teile das am besten auch in einer Telegram-Gruppe, wo du denkst, hey, das müssen Leute wissen, was ging da ab. Ich hoffe, ich konnte hier Klarheit schaffen. Ansonsten, wenn du weitere Videos nicht verpassen möchtest, lass mir gerne ein Abo da. Ich bin tatsächlich seit zwei Tagen nur zu Hause. Ich habe meinen freien Tag aufgegeben. Ich bin sofort hierher gefahren, wo ich bemerkt habe, hey, die ganze Sache wird ernster. Und bin seitdem natürlich für euch hier am Researchen und am Videos produzieren. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Peace out.